So, da sind wir und weiter geht es mit Call of Duty Vanga Art. Die nächste Runde. Yes. Der Mischer, der ist ja am Schleichen. Schweine. Aha. Komm, wir müssen hier hoch, Mischer. Seh ich schon. Ja. Sollten vorsichtiger sein, ne? Genau. Haben wir gesagt. Komm. Fernglas, gib mal her, das Ding. Fernglas nehmen. Dann nehme ich dir das, wenn du mir das nicht gibst. Steiner. Er fällt in Richtung Handelsbezirk. Du könntest wegen der Todesjäger recht haben, Mischer. Boah. Mischer, jetzt dreh dich durch hier. Da, da, siehste. Uh. Uh, der eine sieht uns. Okay. Boah, die haben wir überhaupt keinen Schutz. Wo sollen wir denn jetzt hin? Da sollen wir jetzt hin? Uh, uh, uh. Selten so was lustiges gesehen. Warte, ich denke nach. Warte, ich muss mal die Lage checken. Uh, okay. Dann, äh, nimm du den Beschuss. Mit meinem Messer auf dich. Bitte, was? Vertrau mir einfach. Ich leg ihn ab. Runter. Jetzt wohin, als nächstes dahin? Ich glaube, wir müssen hier rüber. Uh. Uh, der sieht so ein Slick in die Ecke. Schnell. So, jetzt. Nein, hat er mich, ne? Ich renne jetzt darüber, aber der soll erstmal den Mischer. Was? Nein, keine Hunde. Nein. Jetzt weg, die Hunde. Handkana. Wir schmeißen den Handkana, Leute. Nein. 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 Da schießt er immer noch. Der scheiß Schütze, ey. Warte, ich muss erstmal die Lage checken. Wo bin ich denn jetzt? Wo ich jetzt als nächstes hingehe? Ist ja alles offen. Darüber. Ah, nein. Okay, ich hab's verstanden. Ich muss da rüber. Ah, findet die Party statt, ne? Einmal rüber. Ja. Okay. Da rein. Hier raus. Dann machen wir das jetzt so. Uh. Wo laufe ich denn hin? Da oben hin, oder was? Ah, ne, das schaffe ich nicht. Schießt. Nein, nicht auf den. Nein. So geht das nicht. So geht das nicht. Du kannst ja nicht stehen, ja. Der ist erledigt. Ach, der ist ja jetzt am Nachladen, ne? Uh. Okay. Ja, ist ja gut. Ich wollte hier, ja. Wo sind denn die Soldaten? Hätten kommen sie, ne? Pff. Ah. Scharfschütze, ey. Wer trifft mich denn da die ganze Zeit? Zwei Schuss noch? Ich hab doch noch die Waffe, oder nicht, ne? Da ist einer. Da ist einer. Ja. Die ist jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, okay, okay, okay. Okay. So, äh. Jetzt, Misha! Bewegung, da war's! Na los! Dürmer, Lerbe! Warte, ich lute! Wo ist der Scharfschütze? Kann ich denn nicht? Nein! Du bist verletzt! Das gibt's doch gar nicht, echt. Äh. Scheiße, echt. Wo, von wo kam der denn? Da oben ist er. Geil! Geil! War aber noch einer, ne? Da! Ne. Takt voraus. Ach, da oben. Ne, auch nicht. Warte, ich zeig mich mal. Dann spiegelt der doch immer so, ne? Wo der ist. Da oben. In Stalingrad ist nur Platz für eine Scharfschützin. Was machst du denn hier für Faxen? Was wollen wir jetzt scharfschützen? Wow. Da kommen ja noch mehr. Noch mehr. Wir haben bald keine Munition mehr. Fällt mir ein. So, die haben ein bisschen so, die Scharfschützen sind jetzt weg, ne? Oh, was geht jetzt ab? Todesjäger kommen, Jens. Oh, 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 oh. Todesjäger. Hab ich überhaupt keine Zeit mal zu zielen, ne? Todesjäger. Okay. Munition, das kann doch nicht sein. So. Da noch Munition? Ja. Oh, da ist er. Okay, ich hab den, ne? Nein, ich hab den gehabt, aber da kam noch einer, glaub ich. Ah. Da kam noch einer. Jaja, ist das spannend. Echt? So. Wo denn? Uh. Das ist eigentlich ein Tod. Das ist dann noch einer, ne? Der kommt hinter mir her. Jaja, okay. Okay, wir nehmen mal die andere Waffe und dann versuchen wir das mit der. So, nehmen wir jetzt ein paar Witze hier. Äh, die hier. Dann haben wir Munition und der hat ja auch noch Munition. So, jetzt komm mal her, du Todeschütze. Warte, da war noch einer. Oh, der taucht einfach auf hier. Es verletzt weiter so, ja, äh. Was ist er denn? Ja. Ja. Echte. Du Arschloch. Granate? Wer schmeißt denn da mit Granaten? Ich dachte, wir wären hier so durch. Da, der hier, ne? Du hast ihn. Jetzt runter von diesem Feld. Alter, ey. Ich... Eieieiei. Eieieiei. Das heißt, wir sind nah dran. Bleiben wir in Bewegung. Sind nah dran, meinte er. Das Fahrzeug. Ich kann ihn da drin nicht erschießen. Gehen wir näher ran. Folge Steiner. Folgen Steiner. Ich kann es kaum erwarten, den Steiner eine Kugel zu verpassen. Warte. Es ist nicht gut, Volina. Warum nicht? Kann er es nehmen? Wir können von hier nichts tun. Es sind zu viele, sie selbst. Okay. Okay. Todesjäger. Bastardo. Was? Jetzt greifen die uns an, oder was? Micha, komm, du schaffst das. Nicht wirklich. Wir haben dir keine Zeit, Sesterinka. Hörst du? Ich bring dich in Sicherheit, um dich zu versorgen. Du wirst hier nicht sterben. Hoch mit dir. Komm. Was? Mit so einer Pipi... Mit so einer Pipi-Pistole? Okay. Versuch ruhig zu atmen. Komm, Micha, ich trage dich dahin jetzt. Das schaffst du jetzt. Hallo? Muss man da nicht nachladen? Hat man einen unendlichen Schuss? Stütze dich auf mich. Ich hab dich. Du musst weiter auf die Wunde drücken. Wir sind ungeschützt. Alter. Ich geh in Deckung, warte. Hat uns gut erwischt, ne? Ich bin noch fast tot. Lass mich doch mal hier... Gut gemacht, ey. Ja. Wie soll ich das jetzt hier? Ja. Alter, ey. Nein, komm. Jetzt muss ich nachladen. Wir sind fast da. Komm, du schaffst alles. Boah, alles klar, ey. Wo war das nicht abgemacht hier mit euren Raketen, ey? Schaffen wir nicht. Schaffen war klar. Oh, warte. Komm mir jetzt hin, lauf. Oh, jetzt hat's endlich für Kommando. Nein. Misha! Polina, Polina. Lass mich. Rette lieber. Schneid ihn gerade. Dieses Messer bringt uns auch nicht hier raus. Rizzo, wir müssen... Polina, bitte. Geh uns an. Nein, du stehst unter Schock. Komm jetzt, wir müssen weiter... Polina, geh! Nein! Du stehst den Eingang. Ich gehe raus und flankiere sie. Keine Zeit. Los geht's. Geh. Ich gehe sie auf. Bratiske. Sie ist drinke. Und geh. Schon gut. Geh. Oh, nee, ne? Es muss doch nicht sein, ey. Wie kann ich jetzt hier gehen? Total benommen. Voll besoffene. Auschwärmen. Ausschwärmen. Voll, Kamerad. Ja, hat er mich halt nicht geschafft, ne? Obwohl wir den jetzt da so getragen haben. Ist er dann irgendwie nochmal abgeratzt. Wie geht die Trümmer? Warte, ich drück mal. Drück mal. Drück mal. Steiner, da ist er. Wassersteiner. Wassersteiner. Aha. Verfolge Steiner. Kann man schon mal so machen. Oh, ich dachte, da ist einer. Das hat der Kuh gemacht. Oh, nein. Sie hat bei der Belagerung Starling gerade meinen Leuten an der Maulung. Warte, wie viel sind das denn da jetzt? Warte. Okay, du hast nichts gehört. Alles in Ordnung? Ja. F gedrückt, ne? Scheiße. Haben die uns jetzt gehört? Anstatt V habe ich F gedrückt. Oh, hinten ist einer. Kommt der jetzt auch hier rein? Richtig, warum? Oh, da ist noch einer. Oh. Das ist ein bisschen riskant. Wieso kommt hier nicht einer mal... Alter, fünf Leute gehen da draußen. Oh, da ist noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Warte. Nein. Da war nur nichts. Du kannst ja nicht drucken, was? Ich kann nicht hier aufstehen. Wo, was, warum? Alter, nein. Unterm Tisch. Da ist es sicher. Ah ne, das war ja bei Erdbeben oder so. Nachladen. Dann mache ich euch so halt kalte. Echt? Sag, so viel Schuss brauche ich für euch auch nicht. Uh, uh. Schießt denn da von oben oder was? Du kannst dich auch mal hinlegen. Dun, 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 dun. Das hört sich an wie so ein Scharfschütze, ne? Da hoch soll ich da irgendwie hin? Da geht's nicht hoch? Doch. Hier geht's hoch. Da muss ich hier hoch. Genau. Das war der richtige Weg. Äh, hier ist alles kaputt. Hier kann ich mich jetzt durchgefälschen. Nein, noch nicht. Oh, shit. Warte. Komm raus, Lady Nachtigall. Wir haben keine Angst vor dir. Ja, ihr werdet nämlich immer weniger. Falls ja das noch nicht aufgefallen ist. Das war die Nachtigall. Dieses Mal entkommst du nicht. Ja? Nein, was machst du denn da? Da, das war's. Genau, so war das. Ja, 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 ja. So, halt suchen. Haben wir jetzt alle durchgecheckt hier? Waren ja schon ein paar, ne? Haben wir dich auch gecheckt? So, okay. Wo stand er? Okay. Ist das irgendwo der Steiner oder was? Oder wie? Jetzt greif ich nicht wieder an den Wänden irgendwo. Was soll ich jetzt machen? Fünf Meter. Ja. Ja, da hast du drückt, um jetzt für die Kanten zu springen. Kante. Und sie raus. Kann ich hier raus? Ne, auch nicht. Sind wir auch da falsch, ne? Da sind wir doch hergekommen, ne? Ja genau, das Ding müssen wir da runter, der Steiner ist doch da, geh zu Steiner, ne? Das Ding ist irgendwo da oben, müssen wir hoch. Wir müssen hier hoch, echt? Komm nicht die Tür da rein, müssen wir doch da hochklettern, ne? Guck mal, da ist das so gelb. Okay. Warte, hier hoch erstmal. Alter, kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt... Also hoch springen ja im Außen! Ich muss hier irgendwo hochklettern, weil da oben ist dieses gelbe Tuch. Und dann geht's weiter. Ach, hier an den Steinen. Warte, 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 warte. An den Steinen. Genau, jetzt sehe ich das erst. Alter! Alter, jetzt sehe ich das erst. Steinen, echt. So, jetzt da hoch. Aha. Das ist das Gebäude! Los, los, los! Wir werden sie mit ihren Kopf und bewegen uns! Nein, das see Johannes 1. Vielen Dank. Allesiane sal prostita.